Hallo Freunde, herzlich willkommen. Es ist lange her. Ich habe mich mal visiert. Ich habe mich mal visiert. Einfach Cursed Helm. Alex, wie sehr werden wir jetzt tryharden? Fullcent. Du auch Fullcent? Das Ding ist, ich kann sogar das Teil filmen, weil man mein Gesicht dann nicht mal sieht. Gios Face Reveal. Kasach Racing. Kasach Racing. Von Skala von 1 bis Joe Biden. Wie krass bist du am Zittern? Das ist ja normal. Joe Biden. Ich habe mal Regeln. Bitte beachtet die Regeln, ganz wichtig. Wenn das Licht angeht, bitte sofort anhalten. Keine Vollbremsung, also schnell anhalten. Stehen bleiben, nicht aufsteigen. Ganz wichtig, wenn das Licht angeht, bitte anhalten. Ich wurde gerade umgefahren von einem Kind, okay? Okay. Digga, ich bin... Joe Biden. Oh, Jungs. Ah, es ist lange her, dass ich ein Video aufgenommen habe. Mal gucken, was das jetzt hier so wird. Ich hoffe, äh... Ich hoffe, das wird nicht allzu... Das ist hier sehr das Rambazamba. Aber ich will eigentlich... Fullcent gehen. Freunde, das ist ein richtiges Mario Kart Erlebnis, was wir hier heute haben. Okay, Freunde, es geht los. Ich habe direkt zwei Positions gut gemacht. Und jetzt geht's los hier. Aber Leute, das ist echt funny. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel rede. Aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist tatsächlich anstrengend. Mir wird es nämlich warm. Ich glaube, ich lasse gleich auch meinen Hals zurück. Nein, jetzt muss ich den wieder überholen. Ah, das kriege ich hin. Boah, ich liebe diesen Geruch von Abgasen, ehrlich. Ah, nein, jetzt habe ich Zeit verschenkt, weil ich... Ah, nein, jetzt habe ich Zeit verschenkt. Es bleibt dann aber, ja. Ah, nein, jetzt sind da der Schlör 명 Nummer Infisch. Das ist erstmalig. Wir kommen dazu. Bitte war das disabilities. Und dann nix auf der Schlör. Aha, bitte meine Damen und Nadie oval knacken, oh, feiner die so das ist aber gut anstrengend also ich hätte nicht gedacht, die 10 Minuten fühlen sich schon echt übertrieben lang an, muss ich ehrlicherweise bestehen ich hätte nicht gedacht, dass das so krass anstrengend ist, aber wir haben noch danach zwei weitere Turns vor uns so wie jetzt ich habe es verstanden das macht wirklich so spaß ihr könnt es nicht glauben schon wieder oh Gott, das war Turn 1 ich bin gespannt, wer gewonnen haben wird also wirklich, weil das war schon nicht ohne, bin ich ehrlich ich war so kurz davor, dass ich es überrunden ich hing so fest teilweise so Freunde, ich weiß nicht, ob ich euch noch einen Turn mitnehme aber das war nice falls nicht, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat ich bin geflogen ich auch haut rein aber das war die ou